Das ist ein Zauberschleppen, aber ich kann damit nicht über eine endlose Blechlawine fahren. Sieht nach Laufen aus. Wir sind so weit gekommen. Wir kommen irgendwie anders nach New Orleans. Hallo, herzlich willkommen bei Games4Let's Play mit XAX51, Let's Play Left 4 Dead 2. Wir sind im dritten Abschnitt und dieser Abschnitt heißt Dunkler Karneval. Und in diesem Abschnitt gibt es wieder mehrere Unterfolgen, also untere Unterabschnitte. Und dieser Abschnitt heißt Das Motel. Und wir holen uns da jetzt mal eine Waffe. Erstmal Schutz zum Bandage und da schaut gar nichts und eher die. Und ja, wir müssen... Schaut euch das an. Hey, Whispering Oaks. Mensch, als Kind war ich da öfter mal. Toll. Und als Erwachsener gehst du dort drauf? Ja, wo war ich stehen geblieben? Wir sind mit dem Auto da hergefahren. Und der Motor ist irgendwie kaputt und so. Und wir müssen jetzt zu Fuß weiter. Und ja, der Coach, der war hier schon mal höhere Genauigkeit im Knien. Ja, das wissen wir eh schon. Geht das Fahrenkreuz ein bisschen... Jetzt ein bisschen kleiner. Und da sind auch schon... Da sind auch schon die Zombies. Die da im Stau... Also die da im Stau standen. Muss ich auch gleich nachladen. Achtung, Achtung. Ich sehe jetzt gerade niemanden da. Na ja. Na ja, wir... Ja, die folgen da fleißig... Äh, mitverfolgt. Wir jetzt bemerkt haben, dass die Super Zombies... Also jetzt... Die zum Beispiel... Die Jumper oder so... Die mit spezialen Fähigkeiten immer auf mich gehen. Hier sieht man schon wieder die Zunge zum Beispiel. Immer auf mich. Und ja, sie mögen mich halt. Also die meisten ist auf mich. Hunter knurrt. Ich sehe... Ja, das war unaufsichtlich. Was für eine Scheiße. Rotes Licht. Da haben wir das. Das sollen wir ja nicht nehmen. Wir müssen zu Fuß hier weiter. Nur halt... Hier wahrscheinlich. Das sieht jetzt eher danach aus. Oh. Oh nein, das ist schlecht, schlecht, schlecht. Yeah. Lade nach. Oh. Oh. Hm, das wollte ich retten, Coach. War aber zu spät, leider. Ich lade nach. Lade nach. Nehmen wir mal das da. Noch brauchen wir es nicht, Opolla. Mit dem Maus gerade ein bisschen hoch. Die Ausfahrt. Die Ausfahrt. Die auch immer schöner ausgeschaut. Oh. Hat. Da muss man nur so nah an dieser Säure ran und man wird schon, wie soll man sagen, hat sie, wenn er laufe, sie wird von dir betätigt. Und ja, das Militär war scheinbar auch hier tätig, aber leider hat es nicht gehört. In die Richtung Scheinwerfer. Das ist Whispering Oaks. Oh ja. Oh mein Gott. Oh. Was war? Oha. Mir fällt eine Granate von oben. Wir hatten der, der ihn erwischt. Smoker wurden. Wo kommt da einer? Da kommt der Freddy. Oho. Au. Geh weg. Geh weg. Geh weg, du kleines fettes Ding. Oho. Alter, der haltet. Oh, ich wollte den erledigen. Das ist wahrscheinlich am meisten Schaden. Der am meisten Schaden, da ist es so schick. Oh. Nicht durch den. Oh, ich wollte den mal. Aber er wollte schon wieder auf mich. Jagdgewehr nehmen. Wo? Hier oben. Oh. Na ja, Leute, ich muss hier. Oh, da sind auch noch welche. Da waren welche. Da waren welche. Oder ist auch noch einer. Wir sind fast. Oh. Okay, passt. Ich nehme das Sniper-Gewehr. Ja, Sniper. Weiß auch nicht, wofür wir uns jetzt gerade gebrochen. Was? Da kann man nicht so zielen. Ist ja voll schwer. Oh. Deck da unten. Geht, alter, weg hier. War eigentlich immer ein schönes Gebiet hier. Schau, das war Alarmlager. Oh. Okay, warte mal. Einfach nur. Es ist einfach nur lustig. Einfach die Alarmlage zu betätigen. Das geht von hier scheinbar nicht. Müssen wir näher ran, verdammt. Hier oben wäre es aber eine gute... Wo ist denn da ein Boomer? Hallo. Komm ich da wieder hoch? Aber ich will die Waffe nicht. Oh, verdammt. Die Waffe ist nicht gut, ey. Schon nachher halt. Geht auch weg. Immer am Nachladen. Ja. So, wir müssen halt mal hier von dem schönen Bus hier mal runter. Das auch neu, ne? So, erst einmal alles erforschen. Können wir die Alarmlager immer noch betätigen. Nicht auf das Auto schießen. Erstens spät aufs Auto schießen. Wenn wir hier mal alles durchforstet haben. Check die Zimmer. Ja, schön, schön. Oh, da gibt's irgendwas. Ne, warte mal. Das ist... Oh. Hab ich denn jetzt aufgemacht? Komm, den wollte ich machen. Ne. Hallo. Hallo. Oh. Oh. Nach. 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 Nach nicht vergessen. Lade nach. Egal. Jetzt einfach mal rein. Ja, hier. Und jetzt? Hier, hier, hier. Alle weg. Oh, verdammt. Verdammt, wie weit kommt denn das da her? Ist noch nicht geplant. Also, das war doch mal perfekt. Jetzt sind wir uns eher alle tot. Oh, da mal mit der Sniper hier schön campen hier. Lade nach. So, hier haben wir eine Munition. Wow, das war mal ein Gemetzel, hey. Das war doch mal schön. Das ist mal richtig geil. Ist da jemand? Nein, das ist nur ein Auspuff von dem. Ich sollte jetzt nicht mit der Sniper rumlaufen, auch wenn der eigentlich gut ist. Klar, dass man den Rechtsklick nicht ziehen kann. Dann nehmen wir nochmal so einen. Der war echt geil. Nee. Okay, unsere Elle spielt gern mit dem Feuer. Ja, nehmt ihr mal. Da, warte mal. Ich könnte mich ja mal heilen. Und den da unten nehmen. So frisch bin ich auch nicht mehr. Oh ja. Gehen wir mal hoch. Was machst denn du für eine Bewegung, Junge? So, war echt mal ein geile Gehen hier. Hier sind wir scheinbar im Hotel. So heißt es auch die... Oh. Nein. Nämlich wo der steht. Wo der gerade stand und mich erwischt er. So klar. Hallo. Hey. Schüsse brauchst du, du. Oh. Das war meiner. Und dann schnell aufs Bett. Leute, ich geh mal kurz schlafen. Geht das? Oh, ne. Da sind eine Witch-Ingo wieder. Und mit denen hab ich keine gute Erfahrung gemacht. Ich find die so hässlich. Nein, 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 nein. Nehmen wir ja das Bandzeug. Oder warte mal. Ich kann mich eh aufmachen. Ich bin ja ganz schön erwischt. Geht schon vieles. Oh. Oh, wie viel kommt da. Warte, ich mach das mal schnell mit dem Brandzeug. Dann kann man das jetzt da auf dem Boden zählen. Jeder nimmt sich Brandpunition. Ah, okay, so geht das. Ne, wunderbar. Feuerwerk. Feuer frei. Oh, 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 oh. Oh, ich hätt ihn doch fast gehabt. Immer weil ich vorausgehen muss. Oh. Nein, nein, ich bin runter. Wieso auf mich? Wieso brenne ich? Achso, ich hab Brandmunition. Ich brenne gar nicht. Ich hatte Brandmunition. Oh, ich hab's immer noch. Guten Tag. Was haben wir schon? Die Tabletten. Ja, mach das, Coach. Ich will der Witch gar nicht mal einen Besuch abstatten. Wie soll ich sich da ausholen? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Back hier. Oh, oh. Oh, nein. 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 Oh, Scheiße. Sorry, Leute. Das mit Merkow. Oder Mölotow. Sorry, ich spreche mir das aus. War nicht. Das war echt hier nicht gut. Wir haben uns alle sehr verletzt jetzt. Oh, das tut gut. Und weiter geht's. Ah. Ich muss heilen. Die Treppe wieder runter. Sorry. Das war einfach nur... So. Wo müssen wir überhaupt hin jetzt gerade? Müssen wir hier aus hier hoch? Müssen wir nicht da irgendwie... In diese Richtung vielleicht? Ah, da schaut's nicht so aus. Schöne Lichter da drin. Oh. Weg hier, weg hier. Na, wer ist da drin noch? Ne, der ist schon tot, oder? Und ich schaue mal hier. Ich mag gerade wissen. Ich glaube, hier geht's nicht mehr, leider. Real besser. Oh. Hallo. Guten Tag. Wir müssen hier unten immer irgendwo weiter. Oh nein. Wo kommt das wieder her? Oh, da hinten müssen wir weiter. Oh nein. Oh nein. Ey. Miso kommt der her und dann kommt er nochmal auf mich. Junge. Oh oh. Versteckst du dich da im Busch? Die Jagd krieg ich. Die krieg ich. Alter. Rochelle echt schön gemacht, aber... Das wollte ich nicht. Die Textur war jedenfalls sehr schön gerade. Oh. Okay. Wir sind hier mal ja am richtigen Wege. Nach. Schlafen gehen oder so irgendwas. Den hab ich gar nicht eine gute Erfahrung gemacht. Oh. Alter, der rutscht mal runter. Die müssen hier runter, oder? Wuhu. Oh oh. Kommt einer mit hoch für ein zweites Mal? Oh nein. Zum. Verdammt. So, hier ist ein Knall der Weck. Badezeit ist zu Ende. Oh. Ney. Rochelle. Immer nur KS-N. Oh. Aß, anders bin ich gar nicht ich. Aber Nick braucht sie nötiger. Na. Hallo. Ich hab sie gehäckselt. Gehäckselt voll. Wo viele nämlich da sind. Oh, Angriff. Habe ich vormachen müssen. Oh. Da kam er wirklich an Angriff. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Willst du gerade am Pipi machen? Ohne Kopf. Oh. Ich glaub, die ist verpackt, ne? Lade nach. Lade nach. Oh ja. Schauen wir mal hier weiter. Hier ist, wenn ich mich durch ein Klo. Können wir da rein? Oh. Dann können wir wirklich rein. Oh mein. Ah komm, die fliegen raus. Guck mal, Mark. Die. Vögel wollte ich schon sagen. Die, die, die. Frösche. Quaken hier schön. Nehmen wir sie nicht hoch. Schaut jedenfalls vor allem aus. 36 Leben nun mal. Im sehr roten Bereich. Wir haben auch nichts mehr, wenn man nicht täuscht. Ja. Unbewaffen. Sniper und Pistole. Und ja, sind wir bei Whisper-Orcs. Das ist das, äh. Ja, jetzt, jetzt wäre eine Granate am besten. Bis daher ist es gerade gespritzt, oder was? Keine Ahnung. Ich hätte so gerne Granate, sodass wir so vielen, äh, Vasallen, wollte ich schon sagen. Ich gehe da mal. Weil das ist so schief, wenn jemand dich haut, dass die dann, dass du da langsamer wirst. Oh, ich hab sechs Leben. Coach, du musst hier rein. Kann mich irgendjemand heilen, aber nee, hat niemand was, gell? Verdammt. So, Coach hat mir, sehe ich, also jetzt mit dem Aspirin, oder was das ist. Vorsicht, ein Auto, okay. Oh, das... Gar nicht gut, dass ich das getan hab. Kommt hier rein, kommt hier rein, kommt hier rein. Bitte kommt hier rein. Oh, 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 oh. Zwei Leben noch, oh mein Gott. Verdammt, ich bin gleich tot. Dafür habe ich Rochelle einmal sehr geholfen hier. Die war ja leicht am, wie man so sagen kann, am Arsch. Und so. Schöne Rauchwolke hier. Mit Piepschen. So. Whispering. Oh. Kommt wie gerufen. Hier ist der Schutzraum, da gehen wir gleich mal rein. Kommt hier, Jungs und Mädels. Und noch bis sie. Und los. So läuft die Sache. Yeah, am meisten infizierte, getötet. Das war mal schön. Ja, den Danks am meisten Schaden hinzugefügt. Ja, über tausend wenigstens Schaden haben wir nicht hinzugefügt. Aber halt nicht am meisten. Die Witch. Ja, der haben wir ja nicht am meisten Schaden hinzugefügt. Leider. Ja. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Hey, Alter! Die Midnight Riders! Nie gehört. Können die was? Oh yeah. Die sind eine große Nummer. Jawohl. Ich habe alle ihre Alben. Auch die Neuen, die nichts tauben. Aber die beste Lichtshow in der Szene. Ob ich die gesehen habe? Die Show sieht man vom Mond. Und ja, das war's mit dieser Folge Let's Play Let's 2. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir in dieses... Ja, ich glaube, da hört man schon Clowns und sowas. Und ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Boy, äh, Let's Play Left 4 Dead 2. Das habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ja, ein schöner Tisch. Und boy, Game Show for Let's Play. Schaltet wieder ein. Ciao.